Auslosung DFB-Pokal, vier Erstliga-Duelle in der zweiten Runde. Die Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokals hat interessante Begegnungen hervorgebracht, die Fans und Experten gleichermaßen in Aufregung versetzen. In der diesjährigen Auslosung stehen gleich vier Duelle zwischen Erstligisten auf dem Programm, was für spannende Spiele und hohe Wettbewerbsdichte sorgt. Die Paarungen könnten für die Klubs sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung darstellen. Besonders im Fokus steht das Aufeinandertreffen der Traditionsvereine Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Beide Mannschaften haben in den letzten Jahren nicht nur in der Bundesliga, sondern auch im Pokal für Furore gesorgt. Experten gehen davon aus, dass dieses Duell für viele Fußballfans ein echtes Highlight werden könnte. Grundsätzlich könne solch ein Spiel den Kampf um den Titel im DFB-Pokal entscheidend beeinflussen, erklärte ein Fußballanalyst in einem Interview. Dies spiegle sich auch in der großen Vorfreude der Fans wieder, die bereits seit der Auslosung über die sozialen Medien spekulieren. Ein weiteres Erstliga-Duell, das für Aufsehen sorgt, ist die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Schalke 04. Während Bayer in der vergangenen Saison auf einem starken Platz in der Tabelle abschloss, kämpfte Schalke um jeden Punkt. Analysten schätzen, dass die Leistungsdifferenz beider Teams in diesem Duell entscheidend sein könnte. Ein Insider von Bayer Leverkusen äußerte, dass man sich der Herausforderung bewusst sei und alles daran setzen werde, um in die nächste Runde einzuziehen. Für die Schalker sei dies eine hervorragende Gelegenheit, sich gegen einen starken Gegner zu beweisen und das Selbstvertrauen zu stärken. Dabei bleibt jedoch auch das Aufeinandertreffen zwischen RB Leipzig und Hertha BSC nicht unberührt von Spannung. Leipzig als einer der Titelanwärter möchte sich klar gegen die Hauptstädter durchsetzen. Die Erwartungen auf Seiten der Spieler und Trainer sind hoch, denn ein Sieg im DFB-Pokal soll gleichzeitig als Ansporn für den Liga-Betrieb dienen. Ein Trainer der Bundesliga-Profis stellte klar, dass solche Spiele besondere Momente im Fußball darstellen, die man nicht unterschätzen darf. Last but not least, das Duell zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg hat alle Zutaten für ein spannendes Pokalspiel. Während Freiburg für seine kämpferische Spielweise bekannt ist, hat Wolfsburg eine vielseitige Offensive in seinen Reihen. Ein Spieler des SC Freiburg betonte, dass die Mannschaft gut vorbereitet sei und sie alles daran setzen werde, um eine Überraschung zu landen und den Platz im Achtelfinale zu sichern. Die zweite Runde des DFB-Pokals verspricht also zahlreiche Facetten des deutschen Fußballs und wird mit einer auffallenden Kombination aus Spannung und Kampfgeist gefüllt sein. Die Fans können es kaum erwarten, ihre Teams im Pokalwettbewerb zu unterstützen. Die Auslosung hat die Weichen für ein fesselndes Turnier gestellt, in dem alles möglich scheint. Die Spiele der zweiten Runde im DFB-Pokal werden am 29. und 30. Oktober 2023 stattfinden. Autor Anita Farke, Sonntag, 1. September 2024.